und jetzt mit der auf und das können Sie mal zeigen das ist voll mit Wasser getränkt das kann man hier auch auf der Aufnahme sehen voll mit Wasser getränkt und dieses festige Genetik hier und es klebt das Ding klebt und das würde auch noch ein paar Minuten bleiben also wenn das... also ehemals ein paar Minuten geklappt aber jetzt ist das schon nach kurzer Zeit weggegangen die Mauer ist ziemlich warm und die Sonne scheint drauf und der ist voll mit Wasser